Bereits zum zehnten Mal läuft Leoben in 66 Minuten durch die Altstadt. Unterschiedliche Kinderläufe, Nordic Walking Bewerb und der beliebte 66 Minuten Lauf von Leoben ziehen wieder über 1000 Sportler an. Die Streckenführung war aber nicht immer die gleiche. Wir haben ja am Anfang mit einem 1-Kilometer-Rundkurs angefangen, dann sind wir auf 1,5 Kilometer, sind teilweise durch das Einkaufscenter gelaufen, aber durch die Steigerung der Athleten, dadurch wir voriges Jahr schon über 1000 Athleten waren, haben wir das Ganze ein bisschen erweitern und eine breite Streckenführung machen. Musikgruppen, DJs und Cheerleader motivieren und unterhalten, Läufer sowie Zuseher entlang der gesamten Strecke. Weitere Motivationsfaktoren verrät uns Leobens Bürgermeister. Weil Bewegung macht ja auch irgendwo glücklich und zufrieden und ich denke mir, einmal habe ich mich wirklich bemüht, ganz in der Spitze dabei zu sein und da sind so Endorphine frei geworden und ich war wirklich dann so ein bisschen aufgekratzt, aufgedreht, wie man sagt, einfach nur rundum glücklich. Also kann nur jedem raten, ein bisschen mehr Sport zu betreiben. Was findest du super am heutigen Lauf? Eigentlich finde ich alles cool, dass wir mitmachen dürfen und eigentlich alles. Der erste Startschuss fällt bereits am Vormittag für den sportlichen Nachwuchs und der Höhepunkt ist wie jedes Jahr am Nachmittag der beliebte 66-Minuten-Lauf durch Leoben. Zur Jubiläumsausgabe des Lauf-Events strahlt die Sonne mit den Gewinnern um die Wetter und wird so zum vollen Erfolg.